Teil 10 Laurie Samstag, 14 Uhr Carlo und Britta schlenderten die Thämse entlang. Der Turm der Tate Modern war von Weitem zu sehen. Ausgepowerte Jugendliche saßen in der Sonne auf dem Platz vor der Galerie. Warst du schon in der neuen Tate? fragte Carlo, als sie den Treppenaufgang zur Millennium Bridge hochgingen. Die Ausstellungen dort sollen sehenswert sein, vor allem die Surrealisten. Nein, aber ich will unbedingt hin. Mich interessiert allerdings mehr, ob es dem Architekten gelungen ist, ein stillgelegtes Kohlekraftwerk in ein modernes Kunstmuseum zu verwandeln. Das war sicher nicht so einfach. Carlo blieb auf der Brücke einen Moment stehen. Die St. Paul Cathedral zog seinen Blick magisch an. Die Bleikuppel schimmerte matt im Sonnenlicht. Britta folgte seinem Blick. Die Aussicht auf die Kirche ist von hier aus grandios, nicht wahr? Sie haben den Standort der Hängebrücke perfekt gewählt. St. Paul habe ich schon bei früheren London-Trips besichtigt. Es ist ein majestätisches Bauwerk. Interessierst du dich für Architektur? Mein Vater ist evangelischer Pastor. Wir besichtigten auf jeder Urlaubsreise sämtliche Kirchen, die auch nur ein bisschen interessant waren. Meine Schwester und meine Mutter fanden es ätzend, aber ich war immer ganz angetan. Vor dem Studium habe ich lang damit gehadert, welches Fach ich wählen soll. Architektur oder Informatik? Und warum hast du dich für Informatik entschieden? Das war wohl der Einfluss meines Großvaters. Glaube ich zumindest. Bis jetzt habe ich meinen Entschluss nie bereut. Übrigens habe ich vorhin noch kurz im Netz Infos übers Apollo Theater gesucht. Es ist ein ehemaliges Jugendstilkino, das in den 30ern eröffnet wurde. In den 60ern war es wohl ziemlich heruntergekommen und wurde geschlossen. Jetzt ist es in alter Pracht restauriert und soll sehr schön sein, erzählte Britta. Ich war schon im Apollo. Rose, Raymonds Mutter, hat mich vor zwei Jahren durch das Theater geführt. Bei der Gelegenheit konnte ich auch hinter die Kulissen blicken. War richtig cool. Klasse, solche Verwandte hätte ich auch gern. Allerdings sieht man euch die Verwandtschaft kein bisschen an. Raymond ähnelt Chrissy überhaupt nicht. Während sie ohne Probleme als deine jüngere Schwester durchgehen könnte. Schwarze Lockenmähne, blaue Augen, ovales Gesicht und schlank. Danke für das Kompliment. Carlo lächelte verlegen. Die Ähnlichkeit ist nicht zufällig. Ich bin Chrissys leiblicher Cousin und Raymond ist angeheiratet. Britta blickte ihn fragend an. Als Chrissy fünf Jahre alt war, starb ihre Mutter. Ein paar Jahre später hat ihr Vater wieder geheiratet. Seine jetzige Frau ist Britin. Sie brachte einen Sohn und die ganze Londoner Sippschaft in die Ehe mit ein. Keine schlechte Mitgift. Und wie steht Chrissy zu ihrer Patchwork-Familie? Carlo blieb an der Brüstung stehen und schaute auf die Temse hinunter. Chrissy geht's ganz gut. Sie mag Helen gern. Beide sind sehr unternehmungslustig. Das passt. Der kleine Bruder nervt zuweilen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Familienleben völlig normal. Als Chrissy kleiner war, hat sie uns oft in der Schweiz besucht. Wir beide hatten schon immer einen guten Draht zueinander. Das hat sich bis heute nicht geändert. Auch wenn wir uns nicht mehr so oft sehen. Erzähl doch, was ist mit ihrer Mutter passiert? Das ist keine schöne Geschichte. Willst du sie wirklich hören? Wenn es dir nichts ausmacht? Na gut, aber ich mach es kurz. Alles fing relativ harmlos an. Laurie verbrachte ein paar Tage in Frankreich. Auf der nächtlichen Rückfahrt verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über das Auto. Wochen nach der Notoperation kam ein Schreiben von der Unfallklinik. Ermittlungen des Gesundheitsamts hatten aufgedeckt, dass virusbelastete Blutkonserven in Umlauf geraten waren. Man bat alle möglicherweise betroffenen Patienten vorsorglich zum Aids-Test. In Lauries Fall war er positiv. Zu der Zeit gab es noch kaum effiziente Behandlungsmöglichkeiten. Nur ein Medikament war auf dem Markt und Laurie sprach nicht darauf an. Sie kämpfte drei Jahre. Die Krankheit verlief bei ihr extrem aggressiv. Ich war ein Teenager, als sie starb. Zum Schluss war nur noch ein Häufchen Haut und Knochen von ihr übrig. Das Bild geht mir heute noch nach. Carlo hielt inne und schaute Britta kurz an. Er räusperte sich und fuhr fort. Du siehst, es ist wirklich keine schöne Geschichte. Auf alle Fälle bin ich froh, dass es Werner und Chrissy heute wieder gut geht. Sie haben eine harte Zeit durchgemacht. Carlo wandte sich von der Brüstung der Brücke ab. Schweigend setzten sie ihren Weg fort. Reading Samstag, 15.45 Uhr Bis zur Mitte des ersten Akts lief alles perfekt. El Faber und Dr. Dillament sangen inbrünstig im Duett Something Bad. Dann ging die Saaltür einen Spalt auf und Sid linste herein. Er gab Raymond Handzeichen, ihm zu folgen. Rose saß an der Bar. Hallo, Raymond. Es gibt da ein kleines Problem. Sid hat mir gerade von gestern erzählt. Ich meine, die Anmache in der Personaltoilette ist ja an und für sich nicht so tragisch, weil nichts passiert ist. Und, knirschte Raymond. Er warf dem Barkeeper einen finsteren Blick zu. Seine Eltern waren mit Sid und seiner Frau seit ewigen Zeiten befreundet, aber das war kein Grund, immer alles brühwarm weiter zu tratschen. Sheila hat vorhin ein Kuvert an die Bar gebracht, erklärte Sid. Sie sagte, es sei von einem älteren Herrn abgegeben worden. Der Mann meinte, es sei eilig und für die freundlichen Platzanweiser von gestern. Das schwarzhaarige Mädchen und den netten Jungen. Sheila hat sofort geschnallt, dass er dich und Chrissy meinte und das Kuvert zu mir gebracht. Kam mir seltsam vor. Sie hat den Typ beschrieben. Es war bestimmt der Kerl von gestern. Echt? Kacke! Soll ich mal aufmachen? Raymond schaute sich den Umschlag genauer an. Eilt, war in krakeliger Schrift vermerkt. Darunter stand mit sauberer Handschrift für Raymond und Chrissy. Woher kennt er unsere Namen? Die Namen hat Sheila geschrieben, beruhigte ihn Sid. Ein Anschreiben, ein Prospekt und mehrere Visitenkarten kamen zutage. Das Anschreiben war eine Einladung zu einem Vortrag, den Arthur Reading, der bekannte Paraphysiker, am heutigen Abend hielt. Die Visitenkarten waren alle ausnahmslos von ihm. Der Prospekt war über irgendeinen esoterischen Quatsch. Ups! Raymond fischte die zerknitterte Visitenkarte aus seiner Jackentasche und gab sie seiner Mutter. Die hat uns seine Freundin gestern gegeben. Seine Freundin? Die sind ja ganz schön aufdringlich, murmelte Rose und strich die Visitenkarte mit energischen Bewegungen glatt. Und jetzt? Charles hat heute frei. Er hat massig Zeit, kann sich den Vortrag anhören und Arthur Reading genauer unter die Lupe nehmen. Ich vermute, dass alles harmlos ist. Trotzdem, Raymond, bei dir herrscht ab jetzt Alarmstufe 1. Sei vorsichtig. Ich möchte immer genau wissen, wo ihr seid und was ihr macht. Sorg dafür, dass dein Handy allzeit aufgeladen ist und lass es auf alle Fälle an. Ich bin doch kein Kleinkind mehr, fauchte er. Rose schaute ihm in die Augen. Ihr Blick war bohrend und ihr rot geschminkter Mund sah aus wie ein hässlicher Strich. Wir gehen nachher mit Carlo und seiner schwedischen Bekannten in Soho essen und dann nach Hause zu dir, wie du schon weißt, gab sich Raymond grummelnd geschlagen. Gut, ich bin wirklich froh, dass Chrissy da ist. Raymond ging genervt zurück in den Zuschauerraum. Erhöhte Aufmerksamkeit seitens seiner Eltern konnten sie im Moment wirklich nicht brauchen. Das war Teil 10 von Scromax London die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de